Hallo und herzlich willkommen bei Dynamic Food. Heute mache ich Kartoffelgratter. Ich habe hier schon mal so ein paar Kartoffeln vorgeschnipselt. Das wird das unterste Gerüst. Das wird ein Dynamic Food Kartoffelgratter. Ich habe hier nämlich Schinken. Also man kann es natürlich auch vegetarisch machen, da braucht man keinen Schinken für. Perfekt. Jetzt haben wir jetzt hier einfach ganz grob Paprika. Ganz einfach wie immer die Köpfe nur einmal einschneiden. Und dann gehen wir hier mit einem Messer einmal rein und schneiden das in den Lebensraum. Wir brauchen ja nicht so viel Paprika. Die oberen Teile können wir uns aufheben. Wir schneiden das jetzt hier auch. Einfach ein ganz grobes Stück. Die tun wir jetzt auch noch hier rein. Das muss alles gar nicht so perfekt aussehen. Kommt doch hier alles nachher in den Magen und wir nachher überbacken hier. Ein paar Sherrytomaten. Die gibt es angeblich nicht in Chile. Nein. Eine willst du essen? Ich sehe das schon. Ja. Dankeschön. Kriegt sie schon mal eine. Auch in Scheiben. Schneiden wir mal die Hälfte ab. So. Und schneiden wir auch in kleine Stücke. Und verteilen das ganz normal. So wir haben unsere Zwiebel, die schneide ich jetzt auch. Versuchen schon dünne Scheiben zu schneiden. Wir wollen nicht so viele Zwiebeln haben. Wir nehmen ungefähr die halbe Zwiebel. Das sollte reichen. Verteilen wir die einfach. Einfach reindrücken. Und dann kommt das einfach jetzt hier. Zum Gemüse und zu den Kartoffeln dazu. Sieht voll lecker aus, Schatz. Dankeschön. Das wird auch richtig lecker, glaube ich. Jetzt zeige ich euch hier einmal kurz die Kartoffeln, wie ich sie schneide. Die Kartoffeln ganz einfach. Kreiengriff. So. Und dann. Man kann den Finger, den vordersten, als Haltung sozusagen nehmen. Dann hat man den Leitfaden immer. Zack, zack. Und mit dem Fingernagel guckt man immer, wie eine Scheibe ist. Man zieht den immer so. Und dann ziehe ich das Stück zurück. Und dann geht das. Zack, 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 zack. Ist eine Übungssache. So. Jetzt nehmen wir unsere Sahne. Drehen natürlich sofort auch auf. So, hier ist jetzt noch richtig viel drin. Deswegen kippe ich hier noch Milch rein. Und shake das einmal durch. Shaken, 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 shaken. Ja, wir kippen noch mehr Milch dazu. Sollte reichen. Das Wichtigste ist jetzt, an dieser Stelle, ich packe zwei solche Knoblauchzee. Ganz normal einfach so. Ihr quetscht die einmal. So. Jetzt kann man die groben Schalen, die Reste einfach abmachen. Aber die kann man auch einfach mit reinpacken. Wir klintern das eh gleich alles. Jetzt kommt noch mal hier unsere Gewürzmischung. Thymian, Salz und Pfeffer. Ich mache hier einen großen Schuss Zucker rein. Zucker ist, machen wir zwei sogar vielleicht. Zucker ist wichtig in solchen Gerichten. Ich mache die Zwiebeln noch ein bisschen rein. Das sind alles Sachen, die jetzt Aroma hier ziehen. Quetschen und einfach reinhauen. Jetzt lassen wir jetzt ungefähr fünf Minuten, also wenn es aufkocht, fünf Minuten köcheln. Und dann geht es weiter. Bis gleich. Unsere Sahne ist fertig. Ich nehme jetzt einfach so ein Sieb. Und gießen das einfach hier. Ups. Gießen das Ganze mal ab hier. Das mag nicht jeder. Die Sahne ist heiß. Aber man muss so ein bisschen alles zurecht quetschen. Da kommt nachher eh noch richtig Käse drüber. Das zeige ich jetzt hier. Ich habe hier frisch geriebenen Käse. Am Block. Kommt jetzt einfach in den Ofen. Zwischendurch nachgucken, ob vielleicht was anbrennt oder so. Nach 40 Minuten holen wir es raus. Machen dann Käse drüber. Und dann kommt es nochmal fünf Minuten rein. Und dann wird alles über den Käse verpacken. Bis gleich. So. Unser Kartoffelgratter. Das war jetzt 40 Minuten drinnen. Ich nehme das jetzt mal kurz raus. Und jetzt kommt Cheesy, Miesi, Miesi. Cheesy, Miesi. Cheesy, Miesi. So eine ordentliche Käse Schicht hier. Hast du ihn selber gerieben vom Block oder? Ja, natürlich nicht. Also ganz ehrlich, das ist viel günstiger. Habe ich schon vorhin gesagt im Video. Ja? Ja, wenn du diesen Gouda kaufst oder so. Der kostet 400 Gramm, 2,11 Euro ungefähr. Das wird ganz komisch berechnet. Aber es kostet ungefähr 2,11 Euro. Aber wenn du, wenn du Dings kaufst. Den in den Tüten so. Mhm. Dann kostet das meistens 1 Euro, 2 Euro oder so. Und das sind meistens nur 200 Gramm gerieben der Käse. Also kriegst du fast das Doppelte für die Hälfte vom Preis. Definitiv, ja. Ja. Einfach nur dadurch, dass du das gerieben bist, ist irgendwie toll. Ja. Das war's. Bis gleich nochmal. Jetzt 9 Minuten oder so. Dass der Käse schön zerläuft und dann komm ins Rest. So, da bin ich wieder. Unser Käse sollte geschmolzen sein. Er ist Marke. Kann ich ihn natürlich auch richtig schön braun werden lassen. Aber so leicht geschmolzen schmeckt auch immer am besten. Ich bin riesig zu mal Thymian. Ich tu mir einfach. Eigentlich. Ja. Wir lassen das jetzt ganz kurz ruhen. Wir gehen da noch nicht dran. Wir lassen das jetzt 5 Minuten stehen und dann portioniere ich das einfach. Und dann Appetit. Okay. Das war's schon. Fotos folgt gleich wie es dann angerichtet aussieht. Bis demnächst.